Es ist höchste Zeit, dass sich die Bürger endlich auf ihre Rolle im Staat besinnen und über ein neues Selbstverständnis nachdenken. Und da möchte ich Ihnen hoffentlich heute ein paar Anregungen geben. Politiker wollen, entgegen aller ihrer Sonntagsreden, nicht den mündigen Bürger. Sie wollen den Untertanen. Ein mündiger Bürger ist für diese Staatsfetischisten ein Störer. Nicht, weil er etwa ständig etwas vom Staat fordert, nein, weil er zuallererst in Ruhe gelassen werden möchte. Mündig sein bedeutet nämlich zunächst einmal, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht zu warten, das und was der Staat für einen entscheidet. Der mündige Bürger sieht den Staat nicht als Freund und Helfer, sondern als Konkurrent um seinen Geldbeutel und seine Freiheit. Das stört natürlich die Sozialingenieure in den etablierten Parteien, weil ein mündiger Bürger nicht so leicht auf die ständige Politpropaganda und auf hohe Versprechungen hereinfällt. Wie macht man denn am besten aus einem mündigen Bürger einen Untertanen? Ganz einfach, indem man den Sozialstaat immer weiter ausbaut. Erster Schritt, man nimmt den Menschen einen immer größeren Teil ihres Einkommens durch direkte und indirekte Steuern weg und degradiert sie dann sukzessive zu Leistungsempfängern. Der Durchschnittsverdiener zahlt ja heute schon jeden Monat mehr als 50 Prozent an Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen und jede Lohnerhöhung kommt ihnen durch den progressiven Steuertarif und die kalte Progression so richtig teuer zu stehen. Und von dem Geld, das an einem Monatsende noch nicht weggenommen wird, zahlt er dann über den lebensnotwendigen Konsum, Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer, Stromsteuer und so weiter und so fort. Und je nach Lebensgewohnheiten kommen dann noch einmal 20 bis 30 Prozent des Nettoeinkommens beim Finanzamt an und über den kläglichen Rest darf er dann frei verfügen. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass der Staat dann nicht später noch mehr wegnimmt. Die Menschen kommen dann irgendwann an einen Punkt, dass ihr Lebensstandard entscheidend von Transferleistungen geprägt wird. Die eigene Würde wird schließlich entscheidend vom Ausmaß staatlich zugewiesener Leistungen geprägt. Und ein Sozialstaat schützt im Ergebnis nicht die Menschenwürde, sondern er beseitigt sie Zug um Zug. Und irgendwann einmal können sich die Menschen ein Leben ohne soziale Wohltaten nicht mehr vorstellen. Und in einem solchen System fährt natürlich derjenige am besten, der sich systemkonform verhält, wie immer in einem System. Und systemkonform heißt, möglichst wenig Eigenleistung bei möglichst hohem Ertrag. Es geht also darum, selbst möglichst viel zu kassieren und andere möglichst viel zahlen zu lassen. Da verhalten sich die Menschen natürlich rational und das ist ihnen auch nicht zu verdenken. Das ist systemkonform. Und die Politiker träumen derweil von Steuerzahlern, die fleißig das Hamsterrad drehen und sich auch noch darüber freuen, dass der Staat ihnen möglichst viel Geld und viele Entscheidungen abnimmt. Und die Kehrseite des Sozialstaats ist dann der gläserne Bürger. Der Staat vereinnahmt das Individuum irgendwann einmal total. Und er muss es auch tun, weil er nur so den Nachschub an Steuern sicherstellen kann. Und in unserem heutigen System spielen die Parteien, die etablierten Parteien natürlich zuerst, eine entscheidende Rolle. Den Parteien geht es nicht um die Menschen, sondern den Parteien geht es um die eigenen Pfründe. Und der Ziel ist immer, das ist auch systemimmanent, der Machterhalt und stetiger Ausbau der Macht. Und keine der etablierten Parteien stellt auch nur ansatzweise den Rückzug des Staates aus den privaten Angelegenheiten seiner Bürger in Aussicht. Der Wettbewerb unter den Parteien beschränkt sich auf die Frage, wie viel und wofür den Bürgern aus der Tasche gezogen werden soll und wie schnell die Reste von individueller Freiheit abgeschafft werden sollen. Die Methoden, derer sich die Politiker dabei bedienen, sind altbekannt und altbewährt. Nämlich ein wichtiger Grundsatz, teilen und herrschen. Die Bevölkerung wird in Gruppen und Grüppchen zerlegt und gegeneinander ausgespielt. Dem einen wird weggenommen, um dem anderen zu geben. Und als Begründung reicht es aus, dass der andere etwas hat oder etwas mehr hat oder etwas noch etwas mehr hat. Und Eigentum ist grundsätzlich dazu da, es verpflichtet ja, weggenommen zu werden. Neid wird gegen eine Gruppe geschürt, um dann als Pseudo-Legitimation für deren Eteignung zu dienen. Dann wird den Menschen ständig suggeriert, dass unmittelbar irgendwelche Katastrophen bevorstehen. Terror, Klimawandel, Waldsterben, was auch immer. Und natürlich kann uns nur der Staat davor bewahren und uns schützen. Der Staat als Retter und die Politiker als seine Propheten. Eine weitere Methode ist, systematisch das Vertrauen der Bürger in ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu zerstören. Ohne Staat ist nach dieser Logik der Einzelne nichts. Nur mit und durch den Staat kann er sich entwickeln und entfalten. Nach und nach eignet sich der Staat einen immer größeren Teil des vom Bürger erwirtschafteten Einkommens und Vermögens an, um dann Transferleistungen aller Art zu verteilen und auszubauen. Kein Wunder, dass Linksgrün im derzeitig laufenden Bundestagswahlkampf wirbt mit dem Versprechen, die Steuern massiv zu erhöhen. Die Mehrheit verspricht sich natürlich dadurch steigende Transferleistungen, höheres Kindergeld, höhere Hartz-IV-Leistungen, höhere Renten und so weiter. Und die Reichen sollen dann dafür bezahlen. Und die Reichen sind nach diesen Steuerplänen Verdiener mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro und mehr. Das sind also die wirklich Reichen, die dann dafür bezahlen und die 50% plus jeden Monat an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen abgeben. Ich frage mich, ob die Mehrheit der Deutschen wirklich für diese Steuererhöhungen ist. Aber bekanntlich stinkt ja Geld nicht, vor allem dann nicht, wenn es das Geld der anderen ist. Und wenn man den Menschen einredet, dass sie die Moral auf ihrer Seite haben, wenn der Staat auf Raubzug geht.